ihr leute herzlich willkommen zu neuen video und ich möchte nur was sagen also wenn man bei beyond als der website wo man so animation machen kann hinschaut auf dem blog hier also hier im blog tab dann sieht man das hier und zwar der legacy videomaker wird verschwinden er mir fragt euch was ist der legacy videomaker ich glaube ich zeige euch jetzt mal muss doch kurz okay was ist es erklärt gleich um und zwar ist der legacy videomaker mal so der alte videomaker gewesen also der in dieser seite ist jetzt hier und studio das neue videomaker der auch immer bleiben wird aber der alte nötige ist videomaker wird bald am dezember verschwunden und zwar ist das datum am dezember ist es genau datum wissen wir noch nicht aber und dezember und der gruppe und das passiert wird ist weil der flashplayer im jahr 2020 eingestellt wird und die vorbereiten sich normal und wollen jetzt den legacy videomaker entfernen bevor der flashplayer stirbt weil der legacy videomaker wurde mit dem flashplayer gemacht und wir haben studio was man hier sieht ist mit html5 gemacht und falls ihr euch fragt was so schlimm dran ist das legacy videomaker verschwindet glaube ich euch mal jetzt also ich werde mit html5 nicht aufhören ich mag auch diesen videomaker war ich werde diesen videomaker im dezember schon vermissen aber naja wenigstens können wir noch auf html5 studio video machen und ja und zwar ähm fragt euch was daran zu schlimm ist ja weil der legacy videomaker ist der einzige weg um die alten themes zurückzubekommen man nennt sie auch non-business themes man braucht nur die erweiterung requestly und so ein paar ja so codes da wird gerade alle ausgemacht um euch den legacy videomaker zu sagen bevor er jetzt eingestellt wird also falls ihr nicht bist wie man so die codes bekommt und so die alten sie zurückzubekommen dann schaut einfach nach wie man alte themes auch beyond bekommt also gibt einfach das ein aber ich würde euch empfehlen halt nur die neuesten videos darüber anzusehen weil beyond patch so manche diese codes also dass die nicht mehr funktionieren aber doch und so sieht zum beispiel das non-business themes namens comedy world aus es gibt auch so andere themes es gibt classic cartoon es gibt anime es gibt einfach viele non-business themes die seit dem jahr 2016 entfernt wurden und man kann sie noch mit den alten videomaker was er die gäste videomaker ist und super requestly code zurückbekommen aber leider geht das jetzt bis nur am dezember was mal sehen das ist der siebte ähm dann dauert es noch eins zwei drei vier fünf monate also wir können noch die alten themes bis fünf monate aus so benutzen aber leider nur bis fünf monate und das erklärt auch warum ich jetzt letzte woche nicht mehr so aktiv war wie vorletzte woche weil als ich das herausgefunden habe weil ich stehe echt demotiviert etwas zu machen also und ich war auch schon ein bisschen traurig weil ich glaube viele youtuber die beyond benutzen werden sicher mit beyond aufhören also zwar nicht alle weil es gibt auch Leute die benutzen auch die business themes also das sind die business themes die nie entfernt werden von der website das sind könnte panieri business friendly und whiteboard animation die werden von der website nie entfernt und ja und ich würde mal sagen ich zeige euch in diesem video den legaste videomaker und auch noch den legaste videomaker mit dem alten themes und bei dem meinen vier tutorials da werde ich kein tutorial noch machen zum legaste videomaker und auch keins machen wo ich zeige wie man die alten themes zurückbekommt weil das ja nur bis fünf monate und ich will jetzt kein tutorial zuerst machen was es lang nicht mehr geben wird also tja wenn ich bete aber meine tutorial reihe zu bian nur über bian studio reden aber da gibt es noch viel zu erklären über die spion studio es gibt so ja es gibt einfach so viele funktionen in diesen neuen video maker und genau falls ihr euch fragt was am 14 august passiert da wenn jetzt alle user accounts zu den legaste ich meine nur bian studio als standard videomaker haben bei den einstellungen da kann man es auch so machen dass man den legaste videomaker standard nimmt aber nach august kann man nur bian studio standard nehmen also um ja also dann kann man ja jederzeit so wie man es immer macht zum legaste videomaker gehen indem man da klickt aber sonst sonst wird es am dezember der legaste videomaker ganz verschwinden und das heißt auch keine alten themes weil die sind nicht mit html5 kompatibel also bisher noch nicht weil bis jetzt sie noch niemand zu html5 konvertiert aber ich hoffe dass irgendjemand das mal machen wird und ja gut dann zeige ich euch jetzt mein licht das bian studio und zwar ihr habt schon gesehen wie man hinkommt zum account gehen ich esse video maker und dann auf maker video klicken so zuerst zeige ich euch mal den character creator das sieht hier so aus und muss hier auf plus character creator gehen dann kommt man zum character creator auf jeden fall falls ihr legaste videomaker ausprobieren möchtet dann würde ich empfehlen das jetzt schon ausprobieren weil die wird es lange nicht mehr geben aber gut so und zwar erstellen wir jetzt mal einen charakter für dieses beispiel nur um es euch mal zu zeigen wie es aussieht es ladet es ladet es ladet es ladet es ladet ich glaube ich muss neu laden äh vielleicht geht es jetzt hoffentlich ich ja es ladet oder es dort bei mir sind die langsache gut der karte ist der charakter ist jetzt geladet und man kann seine eigenen charaktere erstellen um okay da gibt es ein paar probleme hier aber ja auf jeden fall ähm kann man bei wir und eh danach noch videos machen weil wie gesagt es gibt noch wir uns studio aber sonst kann man dann auch den legaste videomaker nicht mehr benutzen aber ja ihr könnt ihr einfach eure eigenen charaktere erstellen ähm es gibt einfach viel so bier und charakter ändern können ja so ja eigentlich ganz einfach erklärt um bei preview da könnt ihr schon mal die ganzen charakter mit zu actions sehen als mein karte kräger gibt es eigentlich nicht viel zu zeigen ich werde auch dem von wir uns studio zu angewar sonst gibt es dann nicht viel zu sehen und dann sehen wir uns mal die videomaker an das ist einfach mit dem flash player so aufgebaut das ist auch wir uns allererste videomaker das sind ganz natürlich schon als wir und noch gar nicht war also eigentlich seit langer zeit schon seit wir uns so anfing also dann meine ich jetzt als gar nicht so anfing was an was 2007 war damals sah der legaste videomaker zwar schon ein bisschen anders aus aber das design hat sich nur so seit den jahren geupdatet ja dann wenn wir jetzt so gleich so ein tutorial gebracht wenn wir den legaste videomaker noch nicht ausprobiert hätten also hier wird uns der legaste videomaker auf englisch erklärt sondern auf englisch aber ja ähm ich glaube wir skippen einfach das tutorial weil ich erkläre sie ok so also so sieht der legaste videomaker aus der wird bald verschwinden aber wir haben ja noch wir uns studio vergisst nicht wir haben noch wir uns studio also wir können danach noch videos machen ähm hier könnt ihr euer charakter aussuchen hier könnt ihr euer charakter aussuchen wollte ich sagen hier könnt ihr zum beispiel eure eigenen charaktere rausnehmen und hier kann man auch so die actions einstellen halt was der charakter so macht hier auch noch die bewegungen des charakters oder irgendwie so ja ähm da kann auch so texte zu bearbeiten indem er drauf doppelklickt und er zu schreibt ja und hier über texte kann man auch seinen eigenen texte hinzufügen hier gibt es zum beispiel sprechblasen lol ähm ihr könnt auch für euren nächsten sehen so ein paar hintergründe also templates aussuchen es gibt hier viele templates so oder soll ich sagen gut quality products hier kann man sich auch so props aussuchen als er zu gegenstände gibt es da guck mal ich kann zu ändern ja um und sie kommt hier die sieben zu suchen hier haben wir whiteboard animation es sieht jetzt so ja so aus es ist jetzt so schwarz und weiß man kann zwar offenbieren studio sind neun video maker zwar die ähm hintergründe und gegenstände vom whiteboard animation steam die farben ändern obwohl gibt es jetzt auch da oder gibt es jetzt nur auf euren studio gucke ich jetzt grad noch nach aber hier sieht man schon mal okay neben beim gegenständen kann man die farbe nicht ändern aber offenbieren studio kann man es machen also nicht offenbieren video maker aber offenbieren studio ähm ja und in den seheneinstellungen kann man hier auch so einstellungen machen die dauer der szene hintergrundfarbe ja die stimme also der sprecher man kann dafür seine eigene stimme nehmen oder eine datei nehmen etwas von einer zur bibliothek also zu dateien ähm mikrofon aufnahmen und text speech stimmen die man schon vorher benutzt hat und genau hier sind auch die text speech stimmen das sind so roboter stimmen da diese roboter stimme sie klingt wie gg anderson warte mal ich bin gg anderson ich bin gg anderson ja das ist genau die stimme von gg anderson ich bin gg anderson ja ja man kann auch so charakter dazu bringen mal so eine so ein boys clip also halt so etwas von einer stimme ich bin gg und nehmen für lip sync also jetzt kann ich zum beispiel diesen charakter zum sprechen bringen und wenn man auch auf so einen charakter klickt und auf die shift taste drückt dann kann man den charakter so platt machen also shift taste halten und so ziehen so ein lustiger trick funktioniert natürlich auch aus wie ein studio und hier sind noch die musik und sound effects hier geht zum beispiel zum maus klick sound effect oder so ding also all die sound effects sind kostenlos copyright frei ok außer die die nur für professionals sind die sind nicht kostenlos aber ist eh nur musik ja 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 die haben auch so alte soundtracks entfernt aber wenn man internet nach guan mit soundtracks sucht dann findet man schon alte musik die entfernt wurde und wenn man die seite musik runterladet kann man sie auch für seine videos benutzen ja dann ist das nächste video für graphics team boah irgendwie ladet das zu lang ah mir ist es ladet kacke ah jetzt muss ich den videomaker neu laden und jetzt ist alles nicht gespeichert wegen diesem video infographics team aber ich wollte es halt zeigen ja ich wollte es einfach mal zeigen ja so jetzt aber ähm gut jetzt ist es aber geladen super zur sicherheit speichert es einfach mal ihr könnt auch eure videos zu saven also wenn ihr auf save und close so tja klickt dann schließt ihr das dem videomaker und schaltet euch einfach das video an und wenn ihr auf save only klickt dann speichert ihr es und könnt beim video weiterarbeiten ich schreibe jetzt einfach test drauf äh ja und dann suchen wir uns mal so im hintergrunde vom video infographics team aus das ist zum beispiel so ein hintergrund ja mit so props dazu also das video infographics team hat aber anders als whiteboard animation und business friendly kein character creator aber hat nur zu stock characters also zu charaktere die vorher schon hinzugefügt sind wir können nicht so viele actions machen aber auf dem beyond studio da kann man diese charaktere auch finden wenn man halt so bei contemporary team geht und auf stickmen zuschaut dann findet man diese charaktere auch ja und man kann auch für die ganzen props und so auch so motions machen enter motions exit motions ich glaube das zeige ich euch jetzt mal das werde ich jetzt einfach mal zeigen wie es ganz aussieht könnte auch ein charakter ich meine ein blob oder charakter oder einfach alle gleichzeitig wählen indem er halt so ja so zieht und auf enter motion oder exit motion geht ähm after previous oder with previous ist einfach so ob es nach dem vorherigen motion so geht oder mit der vorherigen motion aber gut jetzt kann man noch die dauer machen und enter motion ist halt so dass im video reinkommt und exit motion ist halt so dass es im video verschwindet und in der nächsten szene nicht mehr gibt ja ich mach mal so ein ding sound effect bumm dann passt gut zum video dazu willkommen ich mach jetzt mal text to speech bei diesen typen hier suchen wir jetzt mal stefan aus so das ist ein test das ist ein test das ist ein test ja ich kann euch mal die effekte zeigen das ist so transitions das hat so etwas von das hat so macht das so effekte hat von der vorherigen szene also wenn ich jetzt zum beispiel faden mache dann wird von dieser szene hier so faden also hat so das bild so ja so ein effekt hat also effekte gibt es ja auch so effekte gibt es leider nicht ins bion studio was ich schon schade finde aber dafür gibt es im bion studio noch eine funktion die ich auch noch zeigen werde und da gibt es auch die sogenannten starters da kann man eine szene oder ein ganzes video mal so aufheben für seine eigenen videos ähm und ja wenn man auf seine bibliothek geht also your library und dann auf starters dann findet man hier den starter also falls ihr eure hintergründe speichern wollt dann ist der legacy video maker gut aber tja leider wird es ihnen lange nicht mehr geben das ist das problem und hier beim szenen hinzufügen da könnt ihr auch wenn ihr dahin geht auch eine leere szene hinzufügen also zufurt wo nichts ist ähm ähm bis was sollte ich mal jetzt mal was lustiges oh shit dann nenne ich mal die motion of cry also es war eins und dann nenne ich jetzt mal die stimme ähm ich nehme jetzt mal mal die steffi stimme war das ist lustig war 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 das ist einfach geil ähm und damit ihr euch auch einen Charakter auch zum bewegen bringt was ihr euch eigentlich vorher schon gesagt habt eigentlich hier so draufklicken und dann könnt ihr den charakter bewegen also halt hier auf diesen knopf klicken ihr könnt es auch bei exit intermotion machen aber ja so geht es auch und genau whiteboard animation charaktere haben auch da gleich diese motion da weil man die hinzufügt das so halt so geschrieben werden aber ja man kann diese motions eh weg machen so mache ich es halt wenn ich jetzt zum whiteboard animation video machen würde und ja ihr könnt ihr auch so diese transition hier entfernen und es gibt auch visual effects also dass ihr jetzt mal so effekte machen könnt die aber nicht so von der szene so vor der vorherigen szene zu dieser szene geht sondern dass jetzt in der szene etwas passiert zum beispiel ein erdbeben oder ähm oder so ja fokussiert effekt das kann man ja alles so machen was letztendlich in spion studio gibt aber ja es gibt halt noch in legacy videomaker und ihr könnt auch eure szene zu leer machen indem ihr es auch so macht und da könnt ihr auch so die dauer szene ändern was richtig cool ist ich schreibe jetzt mal etwas ende ja und ich kann jetzt mal für die szene auch meine eigene stimme benutzen Achtung Achtung jetzt kommt's und 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 ich glaube zum Schluss zeige ich euch jetzt mal um die ganzen alten Siemens also sie kurz für die alten Siemens falls ihr wirklich noch benutzen wollt für diese fünf Monate da werde ich jetzt unten in der Beschreibung ein Video verlinken wo halt so die Codes gezeigt werden die man da verbraucht ähm hier diese Codes braucht man für die alten Siemens ja es gibt auch viele andere so Requested Codes die man benutzen könnte für ja Guarnmade oder Beyond nur um etwas zu ändern da kann man im Internet schon was es so gibt aber leider wird es nur für die Fünfhunderte zu funktionieren auf jeden Fall möchte ich euch noch zum Schluss die Non-Business Teams sagen als die gelöschten Teams die von der Website entfernt wurden ok so sieht schon mal das Team namens Comedy World aus habt ihr sicher in manchen meiner Videos gesehen habt ihr sicher in manchen meiner Videos gesehen ihr habt sicher dieses oh Siebel Eis Videos gesehen oh ich hab oh ich bin noch auf meinen englischen Kanal was ist auf meinen deutschen Kanal wechseln um es euch mal zu zeigen dieses Video come on es ladet irgendwie na gut dann kann ich jetzt eben nichts zeigen weil ich will keine Zeit verschwinden nicht dass es zu einfach nicht dass es einfach zu zu langweilig wird für euch und da zeige ich euch mal wie die einen Teams so aussehen also so sagen die so sieht zum Beispiel Comedy World aus also wie man seine eigenen Charaktere da macht da braucht man nur so Codes für einen Character Creator wie man das macht schaut auch im Internet nach und ja da gibt es auch noch das Anime Team das hat ja auch noch so Anime Charaktere ja und es gibt noch viele mehr sogar Cartoon Classics ähm ja für die Szene benutze ich mal diesen Charakter mach ich mal so richtig wütend hohoho das war alles das war nur ein Kack Video wo wo nicht mal ein bisschen Mühe reingesteckt wurde Mühe dahinter steckt Mühe Mühe ja mein Deutsch ey Mühe ja mein Deutsch ey das das war alles das war das war das war nur ein Kack Video wo nicht mal ein bisschen Mühe reingesteckt wurde war waa So, jetzt mach ich mal die Stimme lauter. Das war alles, das war nur ein Kackvideo, wo nicht mal ein bisschen Mühe reingesteckt wurde. Äh, mal sehen. Gibt's hier noch so wütende Action, um ihn mal so richtig wütend zu machen? um sieben jetzt noch was ein bieten wie ich glaube das war alles auf die Uhr ist das auch mit nach gehört es kann nicht okay das mache ich mal so und mal sehen wie das ganze aussieht hier können wir auch noch die preview von dem Video sehen um halt so nachschauen wie das Video jetzt aussieht wie weit wir da sind das ist ein Test war das war alles das war nur ein kack Video wo nicht mal ein bisschen Mühe reingesteckt wurde das war lustig ich glaube ich würde es mal vielleicht hochladen ja ich glaube ich würde es mal gleich hochladen aber gut also wenn man FreeTribe nutzt kann man jetzt Videos nicht runterladen die mit dem DGS Video Maker gemacht wurden aber man kann sie ja noch aufnehmen ja aufnehmen kann man noch und hier sehen wir jetzt das Video mit einem größeren Bildschirm man kann auch Vollbild machen aber gut ich hoffe euch hat dieses Video gefallen und habt ihr schon Beyond ausprobiert wenn ja wie findet ihr es schreibt eure Meinung zu Beyond in die Kommentare und wir sehen uns zunächst mal wieder Ciao und 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 und